Ahoi! Liebe Camping-Freunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gesehen, die Sachen sind gepackt. Es schneit. Es wird ein wunderbares Hanno-Vans-Wochenende. Genau, im Schnee. Und wann geht es los? Nach dem Intro. Fix und fertig sind gewisse Leute, die noch nicht in die Kamera kommen. Die sind nämlich noch nicht aufgelpscht. Die müssen sich erst noch schön machen. So, Herr von und zu kümmert sich jetzt um das Schmücken. Wir wollen nämlich Licht haben. Und auf Wunsch von einzelnen Leuten versuche ich jetzt, die Leute hier zu finden. Da rennen sie auf einmal weg. Auf einmal wollen sie nicht. Und, aber wir können mal sagen, es gibt es fleißige Leute. Und es gibt es richtig fleißige Leute. Also ein richtig fleißiger Mensch. Ja, es gibt auch Leute, die müssen hier arbeiten. Genau. Und andere laufen hier umher und rauchen nur. Unfassbar. So, achso. So, richtig. Hallo kann man ja auch dazu sagen. Hallo. So, und jetzt wird der da schmücken. Ich mache die Kamera raus und erst, wenn es richtig was zu sehen gibt, mache ich die Kamera wieder an. So, die ersten vier Vans. Vier? Ja, vier Stück. Von, ich glaube, zehn Vans, die wir werden, sind da. Wie gesagt, da in der Ecke wird eine Gulaschsuppe gekocht. Mal sehen, ob man das sehen kann. Dann, da werden wir da mal reinfilmen. Genau. Ach, hier ist ja das Kabel hier vor. So, da wird sie produziert. Da geht's los. Lecker. Genau. So, jetzt muss ich einmal wieder hier so drehen. Für euch, der Topfhalter, das ist der Admin von den Hanno Vans. Also, die Link ist ja wieder eingeblendet, wo ihr hin sollt. Hast du ein Kabelproblem? Ja, ich glaube, dass das da vorhängt. Mal sehen. So, jetzt ist es, glaube ich, besser. Kann sein, dass du ein Kabel die ganze Zeit vor der Nase gehabt hast. Ja, das glaube ich auch. Und wir haben auch ein bisschen geschmückt. Ich kann ja ein bisschen laufen, ist das das Schöne hier. Also, ja, hier das Kabel, das... Moment. Bisschen zu faul hier. Bisschen zu faul hier. Und sonst würde ich sagen, wie gesagt, wir haben gesagt, richtig melden tun wir uns erst, wenn es so richtig kuschelig warm wird. Und wenn ihr mehr über den Stellplatz sehen wollt, dann empfehlen wir euch die Ventertainer. Die sind ja auch da. Wie gesagt, Marco, der Fleißige, der halt die Suppe macht. Und wir stehen einfach nur rum und labern die ganze Zeit dummes Zeug. Ja, so wie sich das gehört. So, jetzt geht da los. Das wäre ja wieder Clickbait, das geht ja gar nicht. Was, wo ist ein Unfall? Nee, nee, also ich bin fast umgefahren worden, aber geht noch. Aber nur fast. So, wir gehen jetzt hier auf den Weihnachtsmarkt beim Knall an aller. Genau, hinter uns sind die Vans, die sind schön beleuchtet. Ja. Es kommen gerade auch noch welche, Maren und Christian sind noch da gerade angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wann wir nochmal die Drohne steigen lassen, wenn alles schön beleuchtet ist. Genau, dann versuche ich das nochmal. So, und jetzt muss ich nochmal was nachhaken, weil das habe ich nicht so ganz verstanden. Du zeig mir mal, das ist da drin. Ich soll das da drin. Du hast einen Weihnachtsmarkt in Mühlen, ne? Gut, also Weihnachtsmarkt in Mühlen, das muss ich ja wissen. Hier, bei dem da, der da gerade raucht. Unsere Ventertainer. Servus, Freunde. Servus, Freunde, hat er gesagt. Ich glaube, das habt ihr nicht verstanden. Das hat das aber besser gemacht. So, jetzt gehen wir mal da drin und gucken uns das doch mal an. Genau, da zeigen wir euch dann schöne Bilder von diesen Weihnachtsmarkt-Codes und richtig, wie gesagt, ausführlich dann bei dem Ventertainer. Das ist ein Weihnachtsmarkt-Code. Tomorrow's Christmas Day, and I am on my way. I'm coming home for Christmas, yes, I'm coming home to you, all I'm much I miss you. Bei mir will keiner mehr raus. So, was heißt ich? Ja, du konntest nicht weg bisher, aber Jörg ist abgezischt. Ja, Jörg auch. Nee, der war gar nicht weg. War der nicht weg? Nick, das drehe ich jetzt nochmal neu. Wir halten das Mikrofon in der Mitte. Genau. So, da sind wir wieder in der Kota, heißt das so? Ich frage mich doch nicht, in der Hütte. Stefan, wie heißt das? Kota? Grillköte. Grillköte, naja, auch nicht. Was heißt Grillköte? Grillköte, nein. Okay, hier ist ein Hund vergraben. Nicht, dass wir ein paar Hunde bei haben. Es ist auf jeden Fall mächtig gemütlich hier, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, Truppe wie immer sehr, sehr lustig. Wird wieder fachgesimpelt und ich weiß gar nicht, was die morgen vorhaben. Ich habe nur gehört, irgendwie werden die ganzen Männer hier rausgenommen und irgendwie sollen die was machen. Was auch immer hier getan wird. Aha, na, da bin ich mal gespannt, ne? Ja. Jetzt hoffen wir, dass das Morgenwetter stabil bleibt, damit wir noch was Schönes haben. Ja. Das werden wir schon hinkriegen. Und ein Teil ist jetzt noch auf dem Weihnachtsmarkt, wie gesagt, wenn ihr dieses Video zu diesem Weihnachtsmarkt sehen wollt, Ventertainer, da könnt ihr da gucken. Und ja, wir machen jetzt unseren gemütlichen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, nachher, also gleich geht's weiter. Das ist nicht der erste Mal, dass ich glücklich bin. Das ist nicht der erste Mal, dass ich gut fühle mich. Das ist nicht der erste Mal, dass ich gut fühle mich. Das ist nicht der erste Mal, dass ich gut fühle mich. Das ist nicht der erste Mal, dass ich gut fühle mich. Das ist nicht der erste Mal und Viewzeit. Bis zum nächsten Mal. So kiss me again and again and again The way it should be You'll see With more than a cup of water Guten Morgen! Guten Morgen! Da sitzen wir... Schon wieder in der... Kota? Genau. Stefan hat Feuerchen gemacht. Ach, das ist schon schön hier. Und es gibt draußen tatsächlich welche, die draußen sitzen. Also es gibt auch noch harte, die im Garten sitzen. So leicht kam die Sonne, bei der Drohne konnte man das, glaube ich, auch ganz gut sehen. Ich weiß nicht, ob er das als erstes genommen hat. So als Zwischending da. Ja, wer hat Brötchen geholt? Jörg? Ne, Brötchen geholt haben Vera und Carsten. Aber da waren die bei jetzt. Und dann sind die bei Jörg weitergegangen? Dann sind die zu den Flockenskälern. Achso, einmal... Das sind Wanderbrötchen. Ja, und dann sind sie zu uns gekommen. Ja. Gut, wir haben uns das jetzt hier gemütlich gemacht. Wir werden jetzt hier erstmal frühstücken. Und dann schauen wir mal, was der Tag... So bringt hier beim Knaller an der Aller in Müden. Schön warm, eingepackt, sinnvoll. Genau. Und die Horde geht los. Wir haben uns jetzt für etwas ganz besonderen Highlights ausgedacht. Wir haben jetzt aber gesagt, wir müssen mal einen Edeka erkunden. Genau. Haben einen Guide mitgenommen, der uns den Edeka erklären wird. Der Carsten, der wird das schon machen. Genau, der wird uns sämtliche Produkte erklären. Natürlich dürfen wir bei so einem Museumsbesuch nicht filmen. Ja, genau. Also empfehlen wir euch, kommt doch selber mal zu dem Edeka hier nach Müden. Ja, ich glaube, du könntest einmal die Kamera so schwenken. Die sind ja alle hinten. Damit wir auch sehen, dass da alles läuft. Der Trupp läuft dort hinten. Genau. Insgesamt haben wir vier verloren. Die haben irgendwie die Nacht nicht überlebt. Wobei der eine ist jetzt gerade aufgestanden aus Ruinen. So passiert das halt, ne? Das ist halt so. Und ich würde sagen, wir zeigen euch dann nochmal schöne Impressionen, die wir irgendwie versuchen reinzufangen. Genau. Das ist halt so. Und ich würde sagen, wir sehen euch dann nochmal schöne Impressionen, was ihr noch sehen werdet. Das dauert noch einen Moment. Ist draußen Stefan wieder am Holz machen. Und zwar an Stäben. Es soll Stockbrot wieder geben. Ja, da sind wir mal gespannt, wie das wird. Draußen ja die Hütte. Die wird ein bisschen gerade gelüftet, damit da der ganze Qualm rausgeht. Und ja, das wird bestimmt lustig, wenn dann wieder heute Abend Stockbrot gibt. Das wird eine wunderbare Abend werden. Und wieder einmal sitzen wir hier gemütlich zusammen. Das Feuer brennt. Die Leute kommen gerade mit ihrem Glühwein hier alle rein. Schon leer. Schon leer, sagt der Kass. Also nichts mit Glühwein. Tja, so ist das halt. Was machst du denn hier so rum? Stöcker stehen hier auch übrigens schon rum, ne? Genau. Gulaschsuppe. Genau, da wird Gulaschsuppe wieder warm gemacht. Sehr gut. Ganz da hinten gibt es einen Pott, da ist der Hefe drin, wollte ich gerade sagen, Hefeteig. Und wie immer, nach Kuchen, Frühstück, Mittag, es geht es nur um Fressen. Genau. Kuchen haben wir gar nicht gefilmt, ne? Ja, so schnell war der weg. Genau, ja. Ich hatte noch schnell eben einen Kuchen gemacht, einen Apfelkuchen, und den gab es dann halt noch eben mal schnell zum Nachmittag. So, und jetzt gucken wir mal, was der Abend so bringt. Was Leckeres auf dem Grill hier, hätte ich beinahe gedacht. Ja. Every night, every day, is a happy holiday, a very merry Christmas to you, oh, 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 oh. Very merry Christmas, who high... Oh, 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 oh. das sind wir. Bei den Hanno-Vans müssen wir jetzt bewerten, wer den schönsten Van hat, nämlich bezüglich der Weihnachts-Deko. Genau. Ja. Hier aber schon mal einen. Und da hieß es, das wäre gar nicht richtig mit Deko. Ja, ja, von wegen, genau. Die Biene hat doch ganz schön ihr Auto vor. Hat ausgefahren. Ja, schön gemacht. Jetzt wird hier verraten, dass die Lichterkette das ganze Jahr hängt. Hier kommt jetzt also Van-Nummer außerhalb der Wertung. Er hat gesagt, er macht nicht mit. Jawohl, gleich mit Musik und so weiter. Also wegen der Musik ist das schon mal definitiv ein Absatz. Genau. So. Dann hatten wir hier noch einen Van. Der, muss ich sagen, war aber gestern. Gestern war der noch schön, wirklich sehr schön geschmückt. Und naja, der Kollege musste leider heute noch mal weg, deswegen ist er heute nicht mehr geschmückt. Aber wir kennen die Punkte noch. Genau. Hier, absolut hammermäßig. Genau, hier ist ganz viel Bling Bling und so weiter. Also ganz wichtig. So, wie war das? Wo habt ihr noch geschmückt? Auf Toilette, ne, war das? Achso, da müssen wir mal rein. Also mit unseren dreckigen Schuhen hereinspazieren. Genau, das muss einfach mal reichen. Also wer das so richtig haben will, obwohl, wie hieß es, das durfte nur einmal sein. Ja, ich habe hier den Stimmzettel, den werden wir nämlich gleich wieder ausführen, wenn wir da drinnen wieder sind. Genau. Das ist der Van von den beiden. Von den Wenderträdern. Ein einziges Mal durfte das gemacht werden. So. Habt ihr denn Markus Röckchen? Markus sein Röckchen, genau. So. Das sind die Venderträner, Marco und... Das ist 5,20. Ich finde die Tischdecke ein bisschen nütig, aber... Ja, das sollen sie auch. So. So, dann gucken wir noch mal weiter. Ich glaube, das sind hier wir, glaube ich. Ja, eigentlich, ich glaube... Das ist ja nichts Besonderes. Da ist auch nicht wirklich was drin. Ich glaube, so richtig interessant wäre der Van. Der Weini haben wir gehört, ne? Ja, ja, genau. Da müssen wir noch mal gucken. Ansonsten gibt es ja hier auch noch einen Van. Guck mal, hier ist sogar hinten offen. Da müssen wir doch mal reingucken. Ja, warte. Da war doch die ganz berühmte Bettwäsche. Ah, ja, okay, gut. Die ganz berühmte Bettwäsche. Also wir sehen nur einen Mensch, aber mehr nicht. Okay. Hier ist also nichts zu sehen. Da müssen wir wohl von der anderen Seite. Komm, Marco, mach mal Tür auf. Genau. Wir müssen uns das auch mal angucken, euer Autochin. Ach, du wolltest uns suchen? Ne, das geht aber nicht. Du brauchst keine Musik. Ne, da haben wir ein Problem mit YouTube. Jawoll. Aber hallo. So, ich weiß jetzt, jetzt habe ich Probleme zu erkennen, welches... Au. Also ich will ja nicht sagen, ne? Aber bling, bling, ne? Also, ich glaube, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schon schwierig. Alter Falter. Ja, also wir müssen das bewerten und das wird richtig schwierig werden. Aber das werden wir jetzt da drinnen machen, in der Cota. Da ist es nämlich warm. Und da werden wir jetzt überlegen, was wir nehmen. Ne? Genau. Ja. Ja, wir haben im Gewinnspiel zwei Preise und zwei Kategorien. Der erste Preis in der Kategorie Schönster Weihnachtswellen geht an die Neuen in der Reisegruppe. Da komme ich einmal hier hinten rum. Der Weg war kürzer gewesen. Da gibt es von Landvergnügen einmal für das nächste Jahr einen Geschenkgutschein für das Buch von Landvergnügen. Bitte, bitte. So, und dann haben wir den zweiten Preis. Das ist in der Kategorie Schönstes Weihnachtsoutfit. Das geht tatsächlich an unseren Jörg. Das ist von Steel.de einwendet. Bitte. Letzte Woche kam erst das neue Regal von Steel irgendwie so, weil meine Halterung war vom Fernseher. Die auch von Steel. Die auch von Steel. Ja. Dankeschön. Danke. 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 . ein schönes tolles wochenende hier in müden an der aller geht zu ende ja mit vollen tollen leuten wollen ja genau heute waren wir auch volle leute gab es auch auf jeden fall aber mit tollen leuten hat er es war wirklich also fazit von dem ganzen war schöne genau also auf der weihnachtsmarkt ist schön wie seit heute das wetter und gestern abend ist halt blöd gelaufen deshalb waren wir froh dass die ventertainer die cota besorgt haben so konnten wir da drinnen in ruhe sitzen vielen vielen dank auf dem weg auch noch mal genau war ein bisschen dann getrennt das war vielleicht dann nicht so schön für andere die auf dem platz waren aber für uns hat es genau das richtige war wie gesagt wir waren glaube weit über zehn leute also wir waren acht vans neun werden zwischenzeitlich und wir haben alle reingepasst also es war zwar eng aber es hat gepasst aber wir konnten uns wunderbar das hätte in keinem wohnmobil gefasst nicht mehr muri leuten so viele leute ohne eckkraft also definitiv das war schon cool wenn ihr auch mal teil so einer hannowans reise sein wollte dann meldet euch einfach mal an unter facebook.com slash group slash hannowans ihr braucht halt ein van idealerweise habt ihr einen bezug zu hannover idealerweise kommt ihr sogar aus der region hannover dann kommt doch einfach mal in diese gruppe ist sehr sehr lustig und wie gesagt beim ersten mal wird noch keiner aufgerufen nein mal sehen wir dran sind in diesem sinne verabschieden wir uns hier von müden von dem wohnmobil stellplatz ist in der video beschreibung unten mit drin und dann würde ich sagen sehen wir uns beide schon bald wieder mit euch zusammen bei einem neuen wieder auf unserem kanal kreuzfahrtcamper ciao ciao tschüss